Die Vitalwelt Hausrug News Herzlich Willkommen zu den Vitalwelt News. Heute beschäftigen wir uns mit der Liederregion Hausrug. Dazu begrüßen wir bei uns Herrn Franz Ziegelböck, den Obmann der Liederregion. Und Herrn Ingenieur Stiebler, den Regionalmanager der Liederregion Hausrug. Herr Kiebler, im Thema Most tut sich was in der Liederregion. Was passiert denn da genau? Das Thema Most kristallisiert sich heraus als sehr attraktives Thema, was sich nicht nur in unserer Region einiges bewegt, sondern auch in österreichischen Mostregionen. Dort gibt es ein Kooperationsprojekt mit vier österreichischen Mostregionen. Das Projektthema heißt also Most und Kulinarium. Und im Hausrug Mostlangl sollte eine Moststraße, die oberösterreichische Moststraße, beschildert werden. Also 40 Kilometer Moststraße sollten also dort beschildert werden. Also ihr erlebt Most ein Revival und Sie sind da live dabei? Das ist richtig. Most ist also absolut trendig momentan. Das sieht man an den Wachstumszahlen der Betriebe. Und unter anderem auch merkt man das an den Stimmungen oder was sich einfach dort eigentlich medial vor allem einfach tut. Muss man sagen, Most und Obstprodukte im Gesamten erleben also wirklich einen Boom und werden also irgendwo, ja, fast also überhaupt im gesamten Markt neu eigentlich irgendwo positioniert. Herr Ziegelböck, letztes Jahr fand ja das Bildhauersymposium Husrug statt. Das zieht sich in diesem Sinne heuer weiter fort. Wie schaut es da aus? In den Gemeinden Weibern und Gaspolzhofen wurde dieses erste internationale Bildhauersymposium Husrug Holzkohle gestaltet. Es war ein toller Erfolg, weil wir internationale Beteiligung hatten. Und die Standorte, an denen die Kunstwerke aufgestellt wurden, sind mit Sicherheit im Frühjahr Anziehungspunkte für den Frühjahrsausflügler, für den Wanderer, für den Radlfahrer bei uns im Hausrug. Welche Standorte gibt es denn da? Wie gesagt, in Gaspolzhofen und in Weibern sind jetzt zwei Standorte auf der herüberen Seite des Hausrugs, aber auch in Eberschwang drüben, in Thomas Reut, in Veitzing bei Pramed ist ein Standort und schließlich ist noch einer in der Gemeinde Frankenburg am Endregel. 2006 findet die Landesausstellung in Ampelwang statt. Was gibt es denn da zu berichten? Es sind eigentlich nur mehr die letzten zwölf Monate an Vorbereitungszeit, denn im April 2006 wird mit Sicherheit die Landesausstellung Kohle und Dampf in Ampelwang eröffnet. Vorbereitungsarbeiten sind in erster Linie in den verschiedenen Gemeinden Vorbereitungsmaßnahmen, wie die Region von dieser Landesausstellung gleichzeitig profitieren kann. In erster Linie sind es auf der Christkirchner Seite des Hausrugs die Gemeinden in Gepolzkirchen und auch zum Teil auf der Gaspolzhofener Seite. Auf der drüben Seite haben sich stark engagiert Wolfsegg, Ottnank und auf der Riederseite, das ist die Gemeinde Eberschwang, die mit dem Antisenursprung hier gleichfalls mitnaschen möchte. Die Gemeinden sind stark bemüht, auch im gastronomischen Bereich zu punkten. So ist zum Beispiel eine Wirte-Kooperation im Entstehen, wo Gastronomen über den ganzen Hausrug aus allen drei Bereichen zusammenarbeiten, weil sie schließlich die Werbung nutzen möchten. Denn wenn wir rechnen, dass zwischen 300.000 und 350.000 Besucher nächstes Jahr in den Hausrug strömen, möchte verständlicherweise jeder mitnaschen. Welche aktuellen Projekte gibt es denn gerade in der Liederegion Hausrug? Es sind zwei Projekte, wo es um wertschöpfende Projekte geht, die derzeit intensiver in Entwicklung und in Arbeit sind. Das eine ist das Partnernetzwerk Lebauer, wo es darum geht, dass Bauunternehmer sich in einer Kooperation zusammenschließen und die Kompetenz barrierefreies Bauen miteinander vertiefen und aufbauen. Und zusätzlich würde neben dem Verein Leber eine Firma gegründet, die als Generalunternehmer auftreten wird für Bauaufträge. Und ein weiteres interessantes Projekt, das sich so sehr stark entwickelt, auch zu der derzeitigen Energiesituation und das ist das Thema Hausrugger Hockschnitzel. Dort entwickelt sich eine Vielzahl an Initiativen in der gesamten Region zur Wärmeversorgung, auch andere Projekte, wo es um die Wertschöpfung aus verschiedenen Bereichen gibt. Thema Infrastruktur im Bereich Internet, da tut sich auch was? Mit dem Projekt haben wir 2003 so den ersten Höhepunkt eigentlich erreicht. Man merkt, dass sich die Firma Miniberger, die diese Internetstruktur aufgebaut hat, sich sehr erfolgreich weiterentwickelt. Es gab eine Ausschreibung der sogenannten weißen Flecken in Oberösterreich, die noch nicht mit Breitbandinternet versorgt sind. Dass diese versorgt werden, dort gibt es eine Förderungsaktion und dort hat die Firma Miniberger nun weite Teile, also vom Bezirk Vöcklerbrock bis Bezirke von Christkirchen und auch Teile vom Bezirk Christkirchen, die nun auch mit dem Internet aus Perfunk, das ursprünglich im Hausrug geboren worden ist, eigentlich versorgt wird und auf das sind wir auch stolz. Sehr gut, das heißt, im Hausrug geht es dynamisch voran. Ich danke Ihnen für die Informationen und für den Besuch und wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Vitalwelt News. Die Vitalwelt Hausrug News